Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, zu einem weiteren Quick-Tip am Montag hier im Recording-Blog. Und ich werde in regelmäßigen Abständen gefragt, wie kann ich eigentlich zwei USB-Mikrofone an einem Rechner aufnehmen? Und die Frage ist jetzt nicht ganz unberechtigt, ist auch nicht ganz leicht zu beantworten, aber es gibt auf jeden Fall zwei Antworten, nämlich eine Antwort für den PC und eine Antwort für den Mac. Normalerweise arbeite ich ja am Mac, so wie ich das heute hier auch mache. Deswegen zeige ich dir heute mal die Lösung am Mac, also wie du zwei USB-Mikrofone am Mac anschließen kannst und in deiner DAW aufnehmen kannst. Und falls du aber einen PC zu Hause haben solltest, also einen Windows-PC, und dich fragst, wie das am Windows-PC funktionieren sollte, dann schreib mir einfach mal unten in die Kommentare rein, Windows-PC oder USB-Mikros, Windows oder wie du auch immer möchtest. Auf jeden Fall schreib es mir unten mal in die Kommentare und dann weiß ich, dass auf jeden Fall auch Bedarf dafür da ist, dass ich das mal zeige, wie das am Windows-PC funktioniert, auch wenn ich, wie gesagt, normalerweise am Mac unterwegs bin. Aber heute schauen wir uns erstmal die Variante am Mac an und vielleicht bist du ja so begeistert und sagst, da habe ich auch Bock drauf, kaufe ich mir doch mal einen Mac. Nein, keine Werbeveranstaltung für Apple, so viel nicht, aber es ist auf jeden Fall deutlich einfacher am Apple umzusetzen als am PC. Kommen wir also zu dem, was wir auf jeden Fall brauchen. Als erstes natürlich zwei USB-Mikrofone. Ich habe hier zweimal vorbereitet. Einmal ein Shure MV88 Plus USB-Mikrofon. Das kann man an der Kamera benutzen, aber auch natürlich für Sprachaufnahmen. Und ein Klassiker hier, das Rode NT-USB, also wirklich ein Mikrofon, mit dem auch ganz oft Podcasts aufgenommen werden. Das heißt also, wenn du Podcaster bist und du möchtest zwei USB-Mikrofone aufnehmen, bist du hier auch genau richtig. Was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich USB-Anschlüsse. Und ich habe hier so eine Verteilerbox hier aufgetan, so eine ganz normale mit einem Kabel. Da kommt so ein USB-Port rein und dann kann man hier bis zu vier Stück anschließen. Mikrofone, Kameras, was auch immer man da anschließen möchte. Und wir benutzen das heute mal, um an einem einzelnen USB-Port einfach mal zwei USB-Mikrofone anzustöpseln. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine kleine Vorbereitung am PC. Den habe ich ja hier schon auf, also am Apple, in diesem Fall am Mac Apple, wie man auch immer möchte. Ein Thema auf jeden Fall. Und wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung von einem Hilfsprogramm, was hier beim Mac schon installiert ist. Und das heißt Audio-Midi-Setup. Du kannst es hier finden, wenn ich mal reinzoome, dann siehst du es hier unter Programme, Dienstprogramme und dann Audio-Midi-Setup. Und wenn ich das mal starte, dann siehst du, dass hier ein weiteres Fenster aufgeht, wo hier auf der linken Seite auf jeden Fall alle Audio-Quellen quasi schon aufgeführt sind, die in deinem PC oder in deinem Mac in dem Fall schon aufgeführt sind. Bei mir ist das unter anderem hier jetzt halt das Universal Audio Thunderbolt Interface, die Apollo, die ich hier normalerweise benutze. Aber heute wollen wir ja USB-Mikrofone an den Start kriegen. Also Aufbau Nummer eins. Wir müssen ja erstmal die Mikrofone in den PC reinkriegen, also in den Mac in diesem Fall. Und dazu nehme ich halt diese Verteilerbox und stecke die dann hier einfach mal per Kabel dran. So, das ist jetzt schon mal aktiviert. Und jetzt wirst du gleich hier schon sehen können im Audio-Midi-Setup, wenn ich die USB-Mikros anstecke. Ich nehme mal als erstes hier das MV88 Plus von Shure und stecke das mal hier dran. Dann wirst du schon sehen, dass das hier direkt aufpoppt. Also im Mac definitiv kein Treiber oder Sonstiges notwendig. Hier kann man schon direkt sehen, ist das Shure aufgepoppt. Und dann nehmen wir das USB, das NT-USB von Rode nehmen wir auch noch dazu. Stecken wir mal hier rein und das müsst ihr jetzt auch direkt aufpoppen. Drei, zwei, eins. Zack, da sind die beiden schon. Und beim Rode NT-USB ist es halt auch noch so, dass der zwei Geräte installiert, nämlich eins für die Eingänge und eins für die Ausgänge. Das soll uns aber auch hier weiter nicht aufhalten. Das mag vielleicht bei deinem USB-Mikrofon ein bisschen anders aussehen. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal hier die beiden USB-Mikrofone im Rechner schon drin. Das Blöde ist jetzt nur, dass du die nicht einfach so jetzt in der DAW aufnehmen kannst. Denn die DAW kann ja immer nur einen einzigen Audiotreiber ansprechen. Und dementsprechend muss man natürlich dafür sorgen, dass man irgendwie es schafft, diese beiden USB-Mikrofone zu einem zu machen. Und das geht, wie gesagt, im Mac ganz einfach. Denn du musst hier im Audio-Midi-Setup nur auf der linken unteren Seite mal auf dieses Plus achten hier. Und wenn du da drauf klickst, dann kannst du hier ein Hauptgerät erstellen. Und mit dem Hauptgerät kann man dafür sorgen, ich klicke mal drauf, dass man jetzt hier ein neues Hauptgerät hat. Da geht sowas auf und da ist so ein großes Pluszeichen dafür. Das Schöne an diesem Hauptgerät ist, das fasst verschiedene Audiogeräte an deinem Rechner zusammen. Also an deinem Mac in dem Fall. Am Windows-PC, wie gesagt, ist die Lösung ein bisschen anders. Aber hier fasst du damit einfach verschiedene Geräte zusammen. Und kannst jetzt hier einfach auf der rechten Seite auswählen, welche davon betroffen sein soll. Ich nehme mal hier einmal das Rode und dann das andere Rode. Also das ist für den Eingang, das ist für den Ausgang. Wie gesagt, bei deinem USB-Mikrofon mag das auch nur eins sein, wie beim Shure hier. Und dann siehst du schon, wenn ich das hier noch anklicke, dann sind die drei jetzt hier aktiviert. Und die sind in diesem Hauptgerät zusammengefasst hier. Wir können das noch benennen. Nehmen wir das mal USB-Mics. Und damit haben wir im Prinzip den Löwenanteil schon erledigt. Das heißt, wir haben schon dafür gesorgt, dass wir ein Hauptgerät erstellt haben. Da brauchen wir auch keinen separaten Treiber oder sonst was irgendwie für ein Hauptgerät erstellt haben. Und darunter sind diese beiden USB-Mikrofone zusammengefasst. Bingo. Müssen wir das Ganze jetzt natürlich noch in der DRW anmelden. Ich nehme heute mal Logic zur Hilfe. Das ist bei deiner DRW vielleicht anders. Und er beschwert sich schon hier, soll das Audiogerät Shure MV88 Plus verwendet werden? Nein, es soll nicht verwendet werden. Auch das andere nicht. Wir wählen hier bei Logic dann oder in der DRW dann entsprechend an der richtigen Stelle aus, dass wir hier bei den Einstellungen den Audiotreiber ändern möchten. Und dann muss man den einfach nur einstellen. Wie gesagt, bei Logic ist das hier an dieser Stelle. Da kann ich jetzt einfach aus dieser Liste auswählen. Und hier unten ist jetzt schon mein Hauptgerät, was ich gerade erstellt habe. Die USB-Mics. Und klick da drauf. Und wie du siehst, zack, hat er das schon ausgewählt. Und jetzt muss ich hier nur noch auf Änderungen anwenden klicken. Und schon hat er dafür gesorgt, dass ich jetzt hier über diese beiden USB-Mics schon was aufnehmen könnte. Theoretisch muss ich die Eingangsquellen jetzt noch aktivieren. Und wir machen mal hier, ein Instrument ist hier schon, oder eine Audiospur ist schon offen. Wir machen mal noch eine zweite dazu. Und wenn du jetzt hier im Mixer guckst auf der linken Seite, können wir jetzt hier beim Eingang auswählen. Eingang. Input 1, 2, 3, 4. Und lass dich bitte nicht davon irritieren, dass diese Mikrofone mit zwei Eingängen angemeldet werden. Das sind natürlich keine Stereo-Mikrofone. Die USB-Mikrofone sind ganz normale Mikrofone. Und die werden aber als Stereogerät hier angemeldet. Das soll uns aber nicht weiter stören. Geh einfach davon aus, dass seine Mikrofone 1 und 2 sind das eine Mikrofon. Machen wir mal hier einen Eingang. Und bei dem zweiten machen wir hier Eingang 3. Damit haben wir jetzt zwei unterschiedliche Mikrofone schon aktiviert. Und können jetzt hier mal unten links auf die Rekord-Taste drücken. Und da siehst du schon, dass hier ein Ausschlag kommt. Und hier kommt auch ein Ausschlag. Und jetzt poppe ich mal einfach vor die Mikrofone vor, um zu gucken, welches welches ist. Nehmen wir mal das MV88. Ich haue einfach mit dem Finger drauf auf den Pop-Schutz. Wir sehen schon hier, das Audio 2 ist das MV88. Dann nennen wir das mal Shure, damit wir die auseinanderhalten können. Und das andere ist dann dementsprechend das Rode. Wenn du dich jetzt noch fragst, wie du den Eingangspegel hier ändern kannst bei den USB-Mikrofonen. Weil hier ist ja nirgendwo eine Möglichkeit, wie man den Eingangspegel regeln kann. Dafür brauchst du deine Einstellungen, die du beim Mac hast. Gehst also einfach mal hier unten. Bei mir ist das die Auswahlleiste. Da habe ich mir direkt die Systemeinstellungen hingelegt. Und wenn ich die auswähle, wenn ich auf der rechten Seite auf Ton gehe, dann geht ein weiteres Fenster auf mit den Toneinstellungen. Und dann kannst du hier sehen, dass ich hier eine Auswahlliste habe, wo ich dann hier die verschiedenen Eingangsquellen auswählen kann. Und wenn ich hier dann, wie gesagt, auf Eingabe stehe, du kannst hier Toneffekte, Ausgabe und Eingabe wählen. Eingabe regelt auf jeden Fall den Eingangspegel. Ich muss also nur hier auf das Schuh drauf gehen und kann dann einfach hier schauen, dass ich hier den Eingangspegel so einstelle, wie das richtig ist. Und ich spreche jetzt einfach mal ins Mikro rein. Und wir können ja mal unten links, kannst du mal darauf achten, was passiert mit dem Pegel. Also ich nehme es mal vor die Nase hier und dann sprechen wir mal. Eins, zwei, eins, zwei, das ist zu viel. Regel hier also ein bisschen runter. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Hey, 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 hey. Noch ein bisschen weniger. Hey, hey, hey. Noch ein bisschen weniger. Hey, hey. So, das sollte einigermaßen gut sein. Du hast es jetzt nicht gehört. Aber ich kann dir versichern, dass es jetzt passend eingestellt ist. Und wir machen gleich nochmal eine kleine Testaufnahme am besten. Und das Gleiche machen wir jetzt beim Rode auch. So, dann nehme ich das Mikro auch mal in die Hand und mache mal hier. Hey, 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 hey. Auch viel zu viel. Hey, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. So, Pegel eingestellt. Können wir aus den Einstellungen wieder rausgehen. Die mache ich aus und wir starten mal direkt eine Testaufnahme. Und jetzt kann ich hier einfach zwischen den beiden Mikrofonen hin und her springen. Wenn du jetzt also zum Beispiel ein Interview haben solltest, könntest du es jetzt mit zwei USB-Mikrofonen aufnehmen. One, two. Ich bin der Sprecher Nummer eins. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin der Sprecher Nummer zwei und könnte jetzt zwischen Sprecher eins und zwei hin und her springen und dafür sorgen, dass wir ein tolles Interview zum Beispiel aufnehmen für einen Podcast. Oder auch anderweitig mit zwei USB-Mikrofonen, auf jeden Fall zwei Quellen in der DRW aufnehmen. Ich hoffe, der Tipp hat dir gefallen. Ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Und wenn du demnächst tatsächlich mal in die Verlegenheit kommen solltest, mit zwei USB-Mikrofonen am Mac aufnehmen zu müssen, dann weißt du jetzt, wie der Weg genau gewesen ist. Und wie gesagt, wenn du dich dafür interessierst, wie es mit dem Windows-PC funktioniert, schreib es mir unten in die Kommentare. Und wir machen ein separates Video dazu, das dir dann hoffentlich genauso gut gefällt wie dieses. Wenn es dir gefallen haben sollte, zeig es mir über den Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier schnell auf das nächste Video. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yasu!